Eine neue Anleitung vom Windows-Bauer. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie ihr unter Windows 11 das Sprachsymbol hier ausblenden könnt. Wie das funktioniert, das erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Wir haben hier Windows 11 und wollen hier dieses Sprachsymbol für die Tastatur ausblenden. Und wie das funktioniert, das wollen wir euch eben heute zeigen. Bitte beachtet, wir haben hier die Entwicklerversion, das heißt es ist noch keine finale Version von Windows 11. Wie ihr wisst, erscheint ja Windows 11 erst Ende des Jahres. Das heißt, es könnte sein, dass diese Anleitung, die wir hier vorstellen, bei euch nicht funktioniert oder nicht mehr funktionieren wird, dadurch, dass es ständige Updates von Windows gibt. Also ihr klickt auf Start und wechselt zu den Einstellungen, dann Zeit und Sprache und hier geht ihr nicht auf Sprache und Region, sondern auf Eingabe. Und das klicken wir an. Der nächste Punkt ist hier erweiterte Tastatureinstellungen und hier müsst ihr jetzt nur noch bei Verfügbarkeit Desktop-Sprachenleiste verwenden. Sobald ich das anklicke, ist das Symbol hier verschwunden. Wollt ihr das wieder haben, einfach das Häkchen wieder raus machen und das Symbol ist wieder da. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann verwendet doch unser Forum. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Windows Power sagt, danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen. Zusehen. Zusehen.